Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wenn Sie glauben, es ist nur ein billiger Trick, um mehr Klicks für dieses Video zu erzielen, das ich hier als Hologramm in der Landschaft schwebe, dann haben Sie damit natürlich nicht ganz Unrecht. Aber Hologramme haben tatsächlich etwas mit dem Thema der heutigen Vorlesungseinheit zu tun. Es geht heute um das Erbrecht in der nachklassischen Epoche des römischen Rechts und ein wesentlicher Fortschritt dieser nachklassischen Epoche im Bereich des Erbrechts war die Anerkennung des sogenannten Holographischen Testaments. Und Hologramme haben tatsächlich mit dem Holographischen Testament den Wortstamm, die Etymologie, gemeinsam. Beide Wörter leiten sich von Griechisch holos, ganz und graphen oder grammar, schreiben bzw. geschriebenes her. Ein Hologramm ist eine Abbildung, die einen dreidimensionalen Gegenstand in seinen drei Dimensionen und insofern ganz abbildet. Ein holographisches Testament ist im Ganzen handschriftlich geschrieben und unterschrieben. Diese Testamentsform wurde zum ersten Mal in der römischen Spätantike anerkannt und findet sich heute in § 2247 BGB. Denken Sie also, wenn Sie vom Holographischen Testament hören, an das Hologramm, erinnern Sie sich daran, dass das im Ganzen geschrieben heißt und erinnern Sie sich insofern daran, dass damit nur die eigenhändig geschriebene und unterschriebene Form des Testaments gemeint ist. Da das Testament gerade schon zur Sprache kam, fangen wir heute mit dem testamentarischen Erbrecht an. So wie es ja auch die Vorstellung der Römer ist, dass das testamentarische Erbrecht wichtiger ist als das Intestat-Erbrecht. Wir kommen aber nicht gleich zum Holographischen Testament. Es gibt ein paar Punkte, die noch zuvor zu erwähnen sind. Zunächst mal ist daran zu erinnern, dass es im klassischen Recht ja schon die Entwicklung zum Siebenzeugentestament gegeben hatte. Das alte Manzipationsritual wird nicht mehr verstanden. Warum da ein Familie-Emtor, ein Vermögensübernehmer dabei sein muss und ein Waghalter, versteht man nicht mehr. Und deswegen rechnet man diese zwei Personen zu den fünf Zeugen dazu. Alle sieben, die dabei sein müssen, als Formpersonen siegeln die Testamentsurkunde. Und der Prätor gibt sich mit dieser von sieben Zeugen besiegelten Testamentsurkunde zufrieden und fragt nicht mehr nach dem Manzipationsritual. Darin liegt eine grundlegende Wandlung der Testamentsform schon in der klassischen Zeit. In der Nachklassik gibt es jetzt, weil man die ganze Entwicklung wohl nicht so richtig versteht, ein Nebeneinander von einem Testament, das von fünf Zeugen gesiegelt wird und als Testamentum jure civili verstanden wird. Also in Erinnerung daran, dass nach dem Jus civili, dem alten Zivilrecht, ja die Testamente eigentlich nur von fünf Zeugen bezeugt werden mussten. Die zwei anderen Personen hatten eine andere Aufgabe und daneben das Testamentum jure praetorio mit sieben Zeugen. Dieses Nebeneinander von zwei Formen hat keinen rechten Sinn, zeigt sich aber in den Runden von Testamentsurkunden für eine ganze Zeit. Es gibt dann auch gesetzgeberische Neuerungen. Die erste Erwähnenswerte, jedenfalls in diesen Zeiten, ist die Schaffung einer besonderen Form für Pandemiezeiten unter Kaiser Diokletian. Ein wesentlicher Faktor für den Niedergang des Römischen Reichs in der Spätantike war möglicherweise eine große Pandemie unter dem Kaiser Mark Aurel, die nach dem Familiennamen Antoninus des Mark Aurel auch die Antoninische Pest genannt wird. Es war aber wahrscheinlich nicht die Pest, es war möglicherweise eine Pocken-Pandemie, die damals das Reich heimgesucht hat und sehr geschwächt hat. Solche Pandemien oder Epidemien gibt es immer wieder und Kaiser Diokletian, also der erste Kaiser, den wir zur Epoche des Dominats rechnen, wenn wir diesen Ausdruck verwenden wollen, erlässt dafür ein besonderes Gesetz, wo auf die Gegenwart der Zeugen verzichtet wird. Wie er sich das genau vorstellt, ist nicht so klar aus dem Text, aber es geht darum, dass die Zeugen nicht unmittelbar mit dem Erblasser, der möglicherweise pestkrank ist, in Berührung kommen sollen und es möglich sein soll, eben ein Testament zu machen, ohne dass viele Zeugen gleichzeitig zusammenkommen müssen. Eine zweite gesetzgeberische Neuerung, die bis heute einen gewissen Nachhall hat, ist die Möglichkeit, das Testament in amtliche Verwahrung zu geben. Und dann ist auch ein Testament ohne Zeugen wirksam, also ein Testament, das man im stillen Kämmerlein gemacht hat, das aber dann der Erblasser in Verwahrung gibt, sodass die verwahrende Stelle dafür bürgen kann, erstens, dass der Erblasser es war, der es abgegeben hat und nicht ein anderer, und zweitens, dass es dann nicht mehr verändert wurde und damit verbirgt diese amtliche Verwahrung, dass es sich tatsächlich um den letzten Willen des Erblassers handelt, gibt also einen gewissen Schutz vor Fälschungen. Weitere Änderungen kommen dann unter dem Kaiser Valentinian III., schon im 5. Jahrhundert nach Christus, also in der Spätzeit, vor allem in der Spätzeit des Weströmischen Reiches, mit dem es bald danach zu Ende sein wird. Er lässt unter anderem das gemeinschaftliche Testament zu, für mehrere Personen, unter anderem für Ehegatten, in der Form kennt es noch das BGB und das eigenhändige, das sogenannte holographische Testament, von dem schon die Rede war. Das wird bei Valentinian III. in einer Novelle, das heißt in einem neuen Gesetz, das er erlassen hat, neu, nachdem der Kodex Theodosianus, über den wir schon in der Einheit über das Zitiergesetz gesprochen haben, in Kraft getreten war. Und in dieser Novelle, also dieser nach der Versammlung der Gesetze im Kodex erschienenen Neuregelung, schildert er den Fall, dass eine Frau kurz vor ihrem Tod ein Testament machen wollte und nicht die Möglichkeit hatte, noch rechtzeitig Zeugen zusammenzurufen und sich dafür entschieden hat, um das Testament gegen Fälschung zu sichern, es eben im Ganzen handschriftlich zu schreiben und zu unterschreiben. Und das macht Valentinian III. nun allgemein möglich. Wie diese Form, die bei Valentinian eben mit dem Namen des holographischen Testaments bedacht ist, dann sich weiter überliefert hat in der Rechtsgeschichte, ist nicht so ganz klar. Zunächst mal ist das ein begrenztes Phänomen. Es wird eben von einem Kaiser des Westreichs bestattet. Kurz danach geht das Westreich unter und als Justinian wieder daran geht, Kaisergesetze zu sammeln. In seinem Kodex, so wie im Kodex Theodosianus, lässt er diese Novelle Valentinians III. links liegen. Die nimmt er nicht in seinen Kodex auf und damit hat das keine Gesetzeskraft und wirkt erst einmal nicht weiter. Es hat aber möglicherweise in Gebieten des Westreichs, insbesondere in Südfrankreich, Erinnerungen an diese Novelle gegeben und weiterhin den Brauch, dass man auf diese Weise testiert hat. Jedenfalls taucht dieselbe Form später in den französischen Kutümen, das heißt in den mittelalterlichen und neuzeitlichen Aufzeichnungen der lokalen Rechtsgewohnheiten in Frankreich auf. Und von da ist es eingedrungen in den Code Civil. Der Code Civil erlaubt diese Form des Testaments. Ich habe Ihnen hier als Beispiel das Testament von Napoleon III., Kaiser der Franzosen, gezeigt. Sie sehen vielleicht, dass das alles in einer Handschrift geschrieben ist und am Schluss mit Napoleon unterschrieben ist. Also in Frankreich war das im Code Civil zugelassen und es ist dann auch in Deutschland zugelassen worden. Man hat lange darüber diskutiert, aber schließlich diese Form übernommen und in 2247 BGB lebt das fort. Wie die Traditionslinie zum römischen Recht verläuft, ist, wie geschildert, nicht so ganz klar. Aber es scheint doch, dass die Idee dort hergekommen ist. Ein weiterer Punkt, der sich in dieser Zeit findet und dann auch von Justidian aufgenommen wird, weil es damals dem Zeitgeist entspricht, ist die Erleichterung von Testamenten für die Armen oder für die Kirche, die zugleich auch dazu dienen sollen, das Seelenheil des Verstorbenen zu sichern. Das hat dann auch noch im Mittelalter und in der Neuzeit eine große Karriere vor sich, diese Bestimmungen. So viel zur Fortentwicklung des Testamentsrechts vor Justidian. Justidian selber als großer Sammler des Rechts bringt auch einige Neuregelungen, allerdings weniger im Bereich des Testamentsrechts der Testamentserbfolge als im Bereich der Intestaterbfolge. Im Testamentsrecht gibt es einige Klärungen. So legt er nun endgültig fest, dass für das reguläre Testament sieben und nicht etwa nur fünf Zeugen erforderlich sind. Er bringt noch eine Sonderregelung für ländliche Gegenden, wo die Zeugen vielleicht nicht schreiben können und Formerleichterungen für Testamente der Eltern ausschließlich zugunsten ihrer Kinder, wo keine Außenstehenden bedacht werden. Andererseits nimmt er zurück die bis dahin nach dem klassischen Recht bestehenden Formerleichterungen für Soldaten. Für Soldaten galt im klassischen Recht, dass sie jederzeit, wie sie wollen und auf welche Art sie wollen, testieren können, also an keine Form gebunden sind und dass auch für sie viele andere Vorschriften des römischen Testamentsrechts nicht gelten. Das wird sehr verengt im Anwendungsbereich. Das gilt nur noch während Feldzügen, also wenn die Soldaten tatsächlich in akuter Lebensgefahr schweben. Und eine weitere Verschärfung des Formzwangs liegt darin, dass er für die Kodizille, für diese Testamentsnachschriften eine Form einführt. Sie erinnern sich vielleicht, im klassischen Recht gab es neben der Möglichkeit, ein Testament mit dem dafür nötigen Ritual zu errichten, die Möglichkeit, ein Kodizil zu errichten, eine formlose Erklärung des letzten Willens auf irgendeinem Zettel oder irgendeinem Schriftstück. Wenn auch ein solches Kodizil im Testament verwiesen war, dann galt es als Bestandteil des Testaments. Man konnte also alles darin anordnen, was auch in einem Testament stehen könnte. Wenn es nicht im Testament genannt war, dann konnte man zumindest Fideikomisse anordnen. Das war ja auch eine Neuerung des klassischen Rechts, mit der man fast alles erreichen konnte, was auch mit den klassischen Formen von Erbeinsetzung und Vermächtnis möglich war. Weil das so ist, ist es eigentlich systemwidrig, dass das Kodizil formwidrig ist. Damit besteht die Möglichkeit, die Testamentsformen insgesamt zu umgehen. Das sieht just in Jahren und führt dafür eine Form ein. Dafür werden nun fünf Zeugen verlangt statt sieben. Ansonsten alles wie beim Testament. Das sind also letztlich kleinere Klarstellungen, kleinere Korrekturen, die das Ganze stringenter machen. Viel wichtiger ist die grundlegende Neuordnung des gesetzlichen Erbrechts oder des Testat-Erbrechts in einer großen Novelle. Auch wieder das Wort Novelle bedeutet ein neues Gesetz nach der Kodifikation, also nachdem Justinian seine Sammlungen durchgeführt hat, Juristenschriften in den Digesten, Kaiserrecht im Kodex. Er macht jetzt ein neues Gesetz einige Jahre später und ordnet darin das Interstat-Erbrecht ganz neu. Bis dahin galten letztlich immer noch die Zwölftafel-Regelungen, also Regelungen, die damals schon fast tausend Jahre alt waren, ergänzt durch die Modifikationen, die der Präter in seiner Rechtsprechung zur Verleihung des Nachlassbesitzes eingeführt hatte. Und ein Punkt dabei ist, dass es immer noch prinzipiell die Bevorzugung der Erbfolge für Verwandte in der männlichen Linie gab, die sogenannten adgenatischen Verwandten, kognatische Verwandte, Blutsverwandte, deren Verwandtschaft sich über Frauen vermittelt, konnten erst nachrangig zu den Adgnaten erben. Das ändert Justinian jetzt und er versucht insgesamt eine klare Regelung zu finden, indem er die Erben in drei Gruppen einteilt. Erstens die Abkömmlinge des Erblassers, also Verwandte in absteigender Linie, die vom Erblasser abstammen, Kinder, Kindeskinder und so weiter. Zweitens Eltern des Erblassers und weitere frühere Vorfahren, Großeltern, Urgroßeltern, Aszendenten, Verwandte in aufsteigender Linie und drittens Seitenverwandte. Das wären Geschwister des Erblassers, aber genauso Cousin und Cousine. Wohlgemerkt, das entspricht nicht den Ordnungen des BGB, die sind eine Erfindung erst des 18. Jahrhunderts und würden zum Beispiel die Eltern des Erblassers und die Geschwister des Erblassers in dieselbe Ordnung, nämlich in die zweite, einordnen. Hier sind die Eltern, die Aszendenten in der zweiten Klasse, die Geschwister in der dritten. Es wird dann noch etwas komplizierter, weil diese Klassen in keiner kleinen, klaren Rangfolge stehen. Die erste Klasse hat allerdings Vorrang vor allen anderen. Also primär erben Kinder oder Kindeskinder, wenn die vorhanden sind. Wenn es aber keine Kinder gibt, dann erben Eltern und Geschwister, vollblütige Geschwister, also Vollgeschwister, die beide Elternteile gemeinsam haben mit dem Erbreich, dass er gleichrangig ist. Das bedeutet, wenn jemand jung stirbt, sodass seine Eltern noch leben und er außerdem Geschwister hat, dann erben die, mit denen er zusammen aufgewachsen ist, in einer Hausgemeinschaft, seine Eltern und seine Geschwister. Das ist an sich gar nicht dumm, wenn es auch eben die Rangfolge dieser Ordnungen etwas stört. Nicht berücksichtigt in der neuen Ordnung wird der Ehegatte. Der hatte ja nach der Erbordnung des Präthors ganz nachrangig nach den Blutsverwandten noch ein Erbrecht und dabei bleibt es, da bleiben also auch Stücke der älteren Ordnung bestehen. Schauen wir uns an wenigen Beispielen an, wie das funktioniert hat. Hier zunächst mal zur ersten Klasse. Also da geht es um die Abkömmlinge des Erblassers. Wir sehen hier einen kleinen Stammbaum. Defunctus ist der Erblasser. Pater Defuncti wäre sein Vater. Wir nehmen mal an, der Vater des Erblassers lebt noch. Außerdem lebt ein Sohn, das ist der Filius Defuncti. Und der Erblasser hatte noch eine Tochter, die Filia Defuncti. Und von dieser Tochter gibt es zwei Enkelkinder. Die Tochter ist vorverstorben. Wer erbt nun bei dieser Sachlage? Der Vater erbt nichts, denn er gehört ja erst zur zweiten Klasse, der Aszendenten. Die beiden Kinder des Erblassers sind Deszendenten, sind Abkömmlinge und haben damit Vorrang. Und das gilt auch für die Enkelkinder. Es erbt also zunächst mal der übrig gebliebene Filius Defuncti. Es erben aber auch die Kinder der Tochter des Erblassers, die Kinder der Filia Defuncti, die beiden Enkelkinder, Nepos und Neptis. Die sind zwar nur über eine Frau mit dem Erblasser verwandt, aber die Bevorzugung der Adgnaten ist ja abgeschafft. Und sie sind eben Abkömmlinge. Es gilt insoweit, ähnlich wie im BGB, das Repräsentationsprinzip und die Erbfolge nach Stämmen. Das heißt, es gibt zunächst mal je einen Erbteil für den Sohn und die Tochter. An die Stelle der Tochter tritt in ihrem Stamm, treten die beiden Kinder, wenn die Tochter wegfällt. Solange die Tochter lebt, repräsentiert sie den Stamm und die beiden Enkelkinder bekommen nichts. Wenn sie tot ist beim Tod ihres Vaters des Defunctus, wenn sie vorher schon verstorben ist, dann treten an ihre Stelle Nepos und Neptis, die beiden Enkelkinder. Die haben also die eine Hälfte, die andere der Filius, der Sohn. Soweit also die Erbfolge der Abkömmlinge. Dann haben wir hier einen etwas komplizierteren Fall, um das zweite Kapitel dieser Novelle 118 und die Erbfolge der Eltern und Seitenverwandten zu illustrieren. Wir haben hier also einen Verstorbenen, dessen beide Eltern noch leben. Das sind Pater Defuncti und Mater Defuncti. Wir können uns auch mal vorstellen, dass auch noch Großeltern leben. Das sind hier Avus Avia beiderseits. Avus Paternus wäre der väterliche Großvater. Avia Materna die Großmutter mütterlicherseits. Die leben also alle noch. Außerdem lebt ein Vollgeschwister, ein Bruder des Erblassers. Dann gibt es noch einen Halbbruder, Frater 2. Der hat nur den Vater gemeinsam mit dem Erblasser, aber nicht die Mutter. Ein weiteres Vollgeschwister war die Schwester. Die hatte auch Vater und Mutter mit dem Erblasser gemeinsam, ist aber schon gestorben und hat eine Tochter hinterlassen. Wer erbt nun was? Wir hatten ja gesagt, wenn es keine Abkömmlinge gibt, der Erblasser also selber keine Kinder hat, dann erben seine Eltern, 2. Klasse, und seine Vollgeschwister gleichrangig. So ist das hier. Es erben also die beiden Eltern, Pater Defuncti und Mater Defuncti etwas. Und zu gleichen Teilen mit ihnen erben die Geschwister des Erblassers, die Vollgeschwister aber nur. Das heißt, Frater 2 geht leer aus. Frater 1 bekommt was. Weil Frater 1 noch lebt, bekommt die Tochter des Bruders, also die Nichte, die da unten als Filia Fratris bezeichnet, ist nichts. Denn der Stamm dieses Bruders wird durch den Bruder selber repräsentiert. Wer also über diesen Bruder mit dem Erblasser Verwandtes bekommt nichts. Also Frater 1 bekommt was. Soror, die vollblütige Schwester, ist weggefallen. Deswegen tritt an ihre Stelle ihre Tochter. Auch da sehen wir wieder, es zählt jetzt die Erbschaft über Frauen genauso wie die Verwandtschaft über Männer. Deswegen können die gleichrangig erben. Also alle, die hier grün gedruckt sind, werden jetzt Erben des Erblassers. Und zwar zu gleichen Teilen. Dieses Repräsentationsprinzip ist nochmal klargestellt worden durch eine spätere Novelle, in der Justinian nochmal nachgefasst hat. Insgesamt ist ihnen damit ein relativ klares und vernünftiges System gelungen, das auch später noch in manchen Ländern weitergegolten hat. In einer vereinfachten Form, als sogenanntes Drei-Linien-System gilt das in Spanien und auch in Ländern Südamerikas und in Asien. Da vereinfacht dadurch, dass dieses gemeinsame Erben von Geschwistern und Eltern wegfällt. Da gibt es also einfach drei Klassen. Wenn es Deszendenten-Abkömmlinge gibt, erben die. Gibt es keine Deszendenten, erben die Aszendenten, also die Eltern und Großeltern, wenn sie da sind. Und wenn es weder Deszendenten noch Aszendenten gibt, dann die Verwandten der Seitenlinie. Ja, es gibt noch ein paar weitere Einzelheiten, die geregelt sind in dieser Novelle 118. Wenn es keine Aszendenten mehr gibt, dann erben nur die Geschwister. Da haben Vollgeschwister Vorrang vor Halbgeschwistern. Und dann erst kommen eben die Verwandten in der Seitenlinie. Das ist Kapitel 3. Kapitel 4 schärft nochmal ein, dass die Diskriminierung von Frauen in diesem Bereich zu Ende sein soll. Kapitel 5 enthält Bestimmungen zur Vormundschaft, die man auch, die immer mit der Erbfolge in einem Näheverhältnis steht. Also auch in den zwölf Tafeln wird die Vormundschaft der nächsten Verwandten gleich nach der gesetzlichen Erbfolge geregelt. Und schließlich haben wir Übergangsbestimmungen, die ich hier mal mitgenannt habe, weil sie ganz interessant sind. Zum einen deswegen, weil Justinian als absoluter Monarch es sich erlauben konnte, ein Gesetz mit Rückwirkung in Kraft zu setzen. Allerdings nur für wenige Tage. Und zum anderen, weil bemerkenswerterweise dieses Gesetz nur für Angehörige des rechten Glaubens, also Angehörige des Christentums, des orthodoxen oder katholischen Christentums. Die beiden Ausdrücke waren damals noch gleichbedeutend, so wie es der Kaiser war. Nur für die sollte dieses Gesetz gelten. Das heißt also, im Reich lebende Nichtchristen, Heiden oder auch Menschen jüdischen Glaubens werden dadurch bestraft für ihren aus Sicht des Kaisers falschen Glauben, dass sie mit den schlechten, komplizierten alten Regelungen leben müssen. Das ist eine eigenartige Art der Diskriminierung, die hier praktiziert wird. Justinian hat noch ein paar weitere Regelungen eingeführt. Unter anderem ein paar, die man als etwas fortschrittlich sehen kann. Nämlich das Erbrecht für Konkubinen, also Partnerinnen eines verstorbenen Mannes, die mit dem nicht verheiratet waren. Das ist für einen Kaiser, der sich auf seine christliche Moral viel zu gute Geheißen halten hat, in dieser Zeit bemerkenswert. Geht nur, wenn es neben der Konkubine nicht eine legitime Ehefrau gibt. Trotzdem ist das bemerkenswert. Und fast noch bemerkenswerter, dass es ein Erbrecht für nicht-eheliche Kinder gibt. Denn in der Zeit davor und auch lange danach war es üblich, nicht-eheliche Kinder als in keiner Weise mit ihrem Vater verwandt anzusehen. Sie waren Kinder der Mutter, das war ja nicht zu bestreiten, aber mit dem Vater wurden meistens alle rechtlichen Wande abgelehnt. Und eine weitere sozialpolitische Maßnahme ist die sogenannte Quart der armen Witwe. Wir haben ja gesehen, erbrechtlich sind Ehepartner wenig abgesichert. Sie erben nach wie vor nichts, ganz anders als heute nach § 1931 BGB. Erst ganz in letzter Linie sind die Ehegatten erbberechtigt. Normalerweise sind sie dadurch abgesichert beim Tod ihres Ehegatten, insbesondere Frauen, dass sie eine Mitgift in die Ehe gebracht haben, die ihnen wieder ausgezahlt wird beim Tod des Mannes und zu ihrer Versorgung dient. Wenn das nicht der Fall ist, wenn so eine Witwe eben arm ist, dann bekommt sie ein Erb- und Pflichtheitsrecht nach ihrem Mann im Höhe eines Viertels der Erbschaft, die sogenannte Quart der armen Witwe. Nur wenn sie bedürftig ist. Aber das ist eben ein relativ häufiger Fall. Das sieht man in der antiken Literatur immer, dass Witwen eben doch relativ oft nicht abgesichert sind und in Not geraten. Ganz anders als das im Klischee der Operette bei der lustigen Witwe der Fall ist. Da ist die Witwe deswegen so lustig und auch deswegen eine begehrte Heiratskandidatin, weil sie viel Geld von ihrem verstorbenen Mann geerbt hat. In der Antike ist das Klischee ja eher die arme Witwe, die gerade nichts geerbt hat und versorgt werden muss. Jetzt kommen wir zum leidigsten Punkt dieser justinianischen Reformen. Neben dem Testamentsrecht, wo er nur ein paar Korrekturen angebracht hat, und dem gesetzlichen Erbrecht, wo er eine umfassende und auch eigentlich gelungene, vernünftige Neuregelung geschaffen hat, hat er sich an das sogenannte Noterbrecht oder Pflichtheitsrecht gemacht. Also an Regelungen dazu, was geschehen soll, wenn jemand nächste Angehörige enterbt hat. Sie erinnern sich vielleicht, im klassischen Recht gab es eine zweigleisige Regelung. Es gab das sogenannte formelle Noterbrecht, also formelle Regelungen, die sowas möglichst verhindern sollen. Die bestehen darin, dass man insbesondere Söhne, nahe Angehörige ausdrücklich im Testament enterben muss, wenn sie nichts bekommen sollen. Wenn man sie stillschweigend übergeht, wird angenommen, dass das wohl ein Irrtum war, und das Testament kann dadurch unwirksam werden. Daneben gab es das sogenannte materielle Noterbrecht. Das bestand in der Einrichtung der sogenannten Querela in oficiosi testamenti, der Klage wegen pflichtwidrigen Testaments. Hatte man jemanden, einen nahen Angehörigen, ausdrücklich enterbt, dafür aber keine nachvollziehbaren Gründe angegeben, dann konnte der Enterbte das Testament anfechten mit der Begründung, das ist pflichtwidrig, das gehört sich nicht, und wer sowas macht, der muss wohl verrückt gewesen sein. Sie erinnern sich, das hat an die Einheit Freue und Wahnsinn. Man hat gesagt, das hat in Kolor, in Sarnier, das macht den Eindruck von Irrsinn und kann deswegen angefochten werden. Justinian versucht das auf neue Grundlage zu stellen, diesen ganzen Bereich, also sowohl das materielle wie das formelle Noterbrecht. Er erlässt also Regelungen dazu, wer eingesetzt sein muss, damit das Testament wirksam ist, und wie viel man bekommen muss, damit das Testament als hinreichend pflichtgemäß gilt. Und das ab einem, wenn der Pflichtteil nicht erreicht ist, der jetzt ein Drittel oder sogar die Hälfte des gesetzlichen Abteils ausmacht, wenn der nicht erreicht ist, dass dann eben die Möglichkeit einer Klage auf Auffüllung oder eben auch die Möglichkeit der Anfechtung des ganzen Testaments besteht. Dieses Gesetz ist aber grob misslungen. Es enthält eine Reihe von unklaren Regelungen, vor allem weil Justinian versucht, Teile des alten Rechts aufrechtzuerhalten, gibt Mittelalter und der Neuerzeit nach der Rezeption des römischen Rechts Anlass zu gewaltigen Streitfragen und gilt deswegen als ganz besonders misslungen. Sie sehen hier eine Einschätzung aus dem 19. Jahrhundert. Vielfach verfehlt sei diese Novelle 115 gewesen, ein Gesetz, das mehr Zweifel und Verwirrung verschuldet hat, als vielleicht irgendein anderes. Es ist auch immer von Gegnern des römischen Rechts und Anhängern des deutschen Privatrechts als Beispiel dafür, wie verkehrt das römische Recht, wie unpraktisch es ist, genannt worden. Das gilt also sozusagen als ein dunkles Mal auf dem Schild des römischen Rechts oder Justinians als Gesetzgeber. Damit sind wir am Ende der heutigen Vorlesungseinheit und auch am Ende der Vorlesung zur römischen Rechtsgeschichte in diesem Pandemie-Wintersemester 2020, 2021 überhaupt. In meinen Augen ist es ein bisschen unpassend, dass ganz am Schluss die Erinnerung an ein Gesetz des Kaisers Justinian stand, das allgemein als gesetzgeberische Fehlleistung angesehen wird. Deswegen sollten Sie sich zum Schluss lieber nicht an die Regelungen zum römischen Pflichtteilsrecht erinnern, sondern lieber nochmal an das Holografische Testament und an die Hologramme. Vielen Dank. Vielen Dank.